Musik Das Besondere, da sehen Sie selber. Super, wir bieten alles in nur 4 Euro Eintrittspreise, ich finde das sagt alles. Also Stadema Ludigsburg hat das Besondere an sich zu bieten, dass es einfach für jung und alt wirklich alles hat. Also wir haben den 3er und 5er, den 1er, die 80 Meter lange Rutsche, ein Dampfbad, ein Whirlpool, wo man entspannen kann, das Schwimmerbecken natürlich ganz wichtig, ein Außenbecken, wo man auch im Sommer schön rausliegen kann, sich schön sonnen kann. Musik Für mich ist das Tolle am Stadion Bad Ludigsburg, dass es 3 Türme gibt, an denen man abspringen kann, dass es einen Außenbereich gibt, dass es einen Kinderbereich gibt. Es bietet halt sehr viel, also man kann schwimmen gehen, aber auch eben zu Freitagszwecken ist es sehr geeignet. Wir haben hier für die Gesundheit vom Roten Kreuz Kurse. Wir haben auch schon Wiener Walzer im Wasser getanzt, wann machen Sie denn das? Also was mir besonders gut gefällt, hier am Stadion Bad in Ludwigsburg, sind einfach die verschiedenen Angebote. Also den Mutter-Kind-Bereich finde ich klasse und hier kann ich mich im Whirlpool entspannen, ich kann auch in den Außenbereich, also einfach die vielen Angebote, die es hier gibt. Man kann hier in Ruhe seine Bahn schwimmen und kann aber auch dann danach, ich gehe immer gern noch in den Whirlpool oder ins Dampfbad, also es gibt einfach verschiedene Möglichkeiten für Kinder ist auch viel da und das finde ich schön hier.